Michael Heupel ist ein österreichischer Politiker der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Seit dem Jahr 1994 ist er Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien sowie seit 1995 Präsident des Österreichischen Städtebundes. Nachdem am 9. Mai 2016 Werner Faymann seinen Rücktritt erklärt hat, ist Heupel Inc. der Remistisch-Parteivorsitzender der SPÖ, Leben, Kindheit und Jugend. Als Mittelschüler war Michael Heupel Mitglied und Sprecher der Schlagenden-Schülerverbindung Penale-Burschenschaft Roschia-Kremes. Nach eigenen Angaben trat er jedoch als 1,9-Jähriger nach einem Damaskuserlebnis aus der Verbindung aus. Studium und politische Anfänge Nach Abschluss der Matura am Bundesrealgymnasium Kremes studierte er Biologie und Zoologie an der Universität Wien. Seine Dissertation behandelt die Schädelkinetik bei Gekoniden. Von 1975 bis 1983 war Heupel wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Herpetologischen Sammlung des Naturhistorischen Museum Wien. Bereits während der Studium trat er 1969 dem Ring freiheitlicher Studenten bei, den er aber 1972 wieder verließ. Nach dem RFS engagierte er sich beim Verband Sozialistischer Studentinnen Österreichs, dessen Bundesvorsitzender er von 1975 bis 1978 war. Seit 1978 ist er Mitglied des SPÖ-Bezirksparteiausschusses von Wien-Ottakring. Aufstieg zum Bürgermeister und Verlust der absoluten Mehrheit. Von 1983 bis 1988 war er Mitglied des Wiener Gemeinderats- und Landtags, anschließend bis 1994 Stadtrat und Landesrat für Umwelt und Sport. 1993 folgte er Hans Mayer als Landesparteivorsitzender der SPÖ und am 7. November 1994 Helmut Zilk als Bürgermeister und Landeshauptmann nach. Bei der Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 1996 verlor die SPÖ unter Heupel erstmals in der Zweiten Republik die absolute Mandatsmehrheit. Daraufhin koalierte die Partei mit der RÖVP, die mit Bernhard Goehr, den Vizebürgermeister, stellte. Zuvor waren sowohl eine Ampelkoalition als auch eine rot-schwarze Regierung unter Beteiligung des Elieff diskutiert, aber nicht ernsthaft in Betracht gezogen worden. In der Wahl 2001 errang Heupel mit der SPÖ wieder die absolute Mandatsmehrheit im Gemeinderat. Heupel ist stellvertretender Bundespartei-Vorsitzender der SPÖ und war Mitglied des Österreich-Konvents von 2003 bis 2005. Im Jahr 2005 konnte die SPÖ bei der Landtags- und Gemeinderatswahl noch einmal auf knapp 49 Prozent zulegen, lag aber dennoch unter den Erwartungen. Bei der Landtags- und Gemeinderatswahl 2010 verlor die SPÖ abermals die absolute Mehrheit und kam auf 44,34 Prozent und 49 Mandate. Die neue Stadtregierung wurde von der SPÖ in einer Koalition mit den Wiener Grünen gebildet. Bei den 2015 stattgefundenen Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien waren nur mehr 39,6 Prozent für die Wiener SPÖ. Die Stadtregierung wurde von SPÖ und den drittplatzierten Wiener Grünen gebildet. Privates. Aus seiner ersten Ehe ging eine Tochter hervor. In zweiter Ehe war er mit Helga Heupel-Zeitz verheiratet, woraus ein Sohn hervorging. Am 20. Mai 2011 heiratete er Barbara Hörnlein, ärztliche Direktorin des Wiener Wilhelminenspitals. In seinen jungen Jahren war die heutige amtsführende Stadträtin und frühere Vizebürgermeisterin Renate Brauner seine Lebensgefährtin. Die enge Freundschaft blieb bis heute bestehen. Nur auf wenige Menschen kann sich, so die Wiener Zeitung im Oktober 2010. 2010. Heupel so blind verlassen wie auf seine Stellvertreterin Heupel ist Vorsitzender des Kuratoriums des FK Austria Wien. Als Bürgermeister von Wien ist Heupel einer der Vizepräsidenten der Liga historischer Städte. Einer Unterorganisation des International Council on Monuments and Sites sowie Präsident des Rates der Gemeinden und Regionen Europas. Auszeichnungen Ehrensenator der Universität Wien Großes silbernes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich Goldenes Konturkreuz mit dem Stern des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich Konturkreuz mit dem Stern des Landes Burgenland Großkreuz des Verdienstordens der Italienischen Republik Großes goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich Großes Verdienstkreuz am Bande des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Konturkreuz des Verdienstorden der Republik Polen Großes Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich Großer Verdienstorden des Landes Südtirol Publikationen Michael Heupel Marxismus und Ökologie ÜBERHOLTES Dogma in Renate Marschalek Peter Pelenker Rotgrüner Anstoß Aufsatzsammlung mit einem Vorwort von Kurt Steirer Verlag Jugend und Volk Fien 1983 ISBN 3-224-16510-3 Michael Heupel Patrick Horvath Bernhard Müller Thomas Wenninger Zukunftsstadt Wirtschaftspolitische Visionen für die urbanen Zentren von morgen New Academic Press Wien 2016 ISBN 978-3-7003-193-2-0